Hallo Leute! Wieder die Show von Stinky und seine Freunde! Oder unsere Tagesschau oder wie auch immer. Tagesschau, wie kann man denn wieder? Heute möchte ich euch zwei Leute vorstellen, die mir sehr an Herzen gewachsen sind, die mir sehr viel bedeuten und die sehr gute Freunde sind. Einmal! Tigerchen! Hallo! Und Hippo! Hallo! So, ich werde mich kurz mal hinsetzen und die beiden werden euch erzählen. Hallo, ich bin Tigerchen. Ich kann mich ja noch erinnern, als Stinky mich geholt hat. Ich werde euch was erzählen. Das ist, das ist, da war ich in so'n Haus. Ja, ja, verkauft man Sachen mit meinem Freund Hippo, nicht Hippo? Ja, ja, das war nicht so schön. Die wurden da verwundert. So ein Stofftierständer waren wir und da sollten sie verkauft werden. Und die ganz viele Leute haben uns immer angefasst, nicht Hippo? Ja, ja, ja. Und dann hatten wir immer große Angst in diesem Havarenhaus. Das hieß, glaube ich, wie hieß das? London Drugs. Ja, in Vancouver, in Kanada. Und da hatten wir immer Angst. Oh! Und dann haben uns Leute angefasst und gar nicht mitgenommen. Ganz komisch, viele Kinder und große. Und dann hatten wir immer Angst. Und so, wir werden uns mitnehmen. Wir werden auf uns aufpassen. Wir vermissen unsere Mama und Papa und Papa und Mama. Ja, ja, ja. Und dann sag ich, kam Stinky. Jawohl, Stinky. Ja, ja. Und der hat dann gesagt, die muss ich mitnehmen. Die haben ja Angst in diesem Warenhaus, nicht? Und dann hat er uns mitgenommen. Und dann hat er uns mitgenommen, nicht Hippo? Ja, er hat uns mitgenommen. Es ist ganz wichtig. Er hat uns mitgenommen. Und seitdem sind wir gute Freunde. Und ich kann nicht mehr Musik machen. Ich mag immer Porky über Musik machen. Und Tigerchen. Ich mag immer mit meinen Freunden spielen und so. Ich bin so anders als Hippo. Oder Hippo ist anders als ich nicht? Und Hippo? Ja, ich mag gerne komponieren. Wisst ihr, was komponieren ist? Ich mache die Musik für Porky, damit der singen kann. Ich kann auch Clavier spielen und Gitarre. Und kann auch ein bisschen singen so. Nein, ich habe Porky. Also, das ist heute. Ich bin Hippo. Schön, dass wir uns mal sehen. Ich bin Hippo. Und ich bin... Tigerchen! Wir werden noch viele Geschichten zeigen machen. Ok, Leute. Das ist heute die Vorstellung von... Tigerchen und Hippo! Gute Nacht! Gute Nacht, alle! Guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend, gute Nacht, mit Russen bedeckt, mit Pfeilchen bedacht, Schlöfe unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, bist du wieder geweckt.